1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Hast du ein altes, vollgeschäftes Rockboy dir zuhause? Ja, dann schickst du Kies und Kreuz, denn die nehmen für dich aus! Öl, Schweiß und Pipi sind unser täglich Brot Da draußen fröhnt das Leben, doch mein Ringmuskel ist tot Dicke, hammer, kleine Schlungs und alles stinkt nach Jauche Doch weil ich feuchte Hosen liebe, ist nur Durchfall, den ich brauche Unser Axelfiter stillt den Hunger zwischendurch Für den Sättigungseffekt wird er sowiert mit Rettmord Hans-Dieter, Hans-Dieter, sag mal, bist du da unten immer noch? Ja, sicher, ich mach doch gerade hier die Spalte heiß, du Alter, du bist doch sowas wie ein Mauerwurf, Mensch Du siehst doch gar nichts mehr, du bist doch blind, oder was? Ja, ich brauche nichts sehen, du, ich höre das Knarzen im Metall Ach komm, ich habe ihn doch komplett verstrahlt, du kannst doch nichts mehr sehen Du bist doch komplett verwirrt da unten Was schweißt du da rum? Mit dem Salzstreuer wieder hier oder den alten Nebel machst überall Den Maximus Nebelkurs da, den braucht doch keiner Maximus Nebelkurs, aber auch so ein römischer Dampfraucher, du Uiuiui, hier oben ist aber auch ganz schön was los, ne? Würde jetzt keine Angst machen, aber es könnte alles zusammenkommen Ja, ist doch schön, hoffentlich Das ist jetzt die große Mission, ne? Den ganzen Aal hier so rundherum alles wegschneiden Das große Brechen hast du gesorgt Was passiert? Oh, keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein Rohr getroffen Ich habe gedacht, das wäre leer Ich dachte nicht, dass da noch was drauf ist, weißt du? Oben ist auch nochmal Strom Ist immer ein bisschen Druck So ein altes, ja, so ein altes Fibelrohr habe ich da eben gerade irgendwie erwischt Großmutter hat immer gesagt, erst den Rohrdruck prüfen Kannst du nicht einfach mit jedem Lippen, ne? Kannst du nicht einfach mit jedem Lippen, ne? Guck mal, ich habe hier nochmal Strom gefunden Ich habe hier nochmal Strom gefunden Und nochmal, Otoa, nochmal, vielleicht kann ich mich noch retten Nehme ich noch mit, du Ich rede hier gar nichts mehr, sorry, ich mach das richtig kaputt Ich rede nichts mehr, du Ich mach das kaputt Ja, ist so ein Ding, das geht auch kaputt Oh, und mir die Hingi freut's, ne? Die Hingi, du, der war doch gestern wieder im Spaßbad unterwegs Im Spaßbad Ja, war doch, mit dem Ferienspaß hat er wieder hier Ja, war doch, wieder im Bad unterwegs Gänzt das noch von früher, so Ferienspaß hieß das bei uns immer Da gab es dann in den Ferien so ein Heft Da hast du dann überall so einen Bonus gekriegt und so Ferienspaß, ja, ja Hat sie irgendwie so günstiger Eintritt Also bei uns hieß das Ferienspaß oder so Heute heißt es dann irgendwie Ferienpass Weil sie sagen, ja, man weiß ja nicht, ob die Kinder wirklich Spaß haben Hey, unterstellt sich meinem Kind gerade, dass das eventuell Spaß haben könnte? Sexistisches Schwein Oh, der kleine Junge, der drüber hat aber ganz viel Spaß Ich könnte, Junge Das ist ein Nosenbär, sieht man doch Nosenbär Ich habe gerade mal einen Nosenbär beleidigt Das ist doch eindeutig ein kleiner Junge Nee Heute Morgen hat er gesagt, Mama, ich bin ein Nosenbär Das respektiere ich Oh, ich habe ihm erstmal aus dem Futterhaus fünf Funden Ameisen gekauft Schön 3 ins Stadt Kelloggs Oh, du hast so einen Elternteil, das so drauf wird Wenn mein Kind ein Bär säuen will Nee Ist Gottgegebene Recht Oh, ich sehe hier langsam Tageslicht wieder durchschimmern Was will er denn hier noch alles? Irre Plötzlich will er drei Buttner hieß von mir Und am Handsome Park mit der Hinge hat er gesagt Handsome mit der Hinge Mittlerweile carry ich auch nur noch too much Ich kann nicht mehr wohin damit Schmeiß es einfach nur auf den Boden Weil irgendwann samm ich das wieder ein Ah ja Irgendwann kommt es wieder an deiner Kiste vorbei Und sagt, oh guck mal da Das ist doch ein kleiner Junge in der Kiste Oh, ist doch noch ein kleiner Junge Oh, ich kleine Nasenbär in der Kiste gefunden Ah, das findet man ja wieder Wenn dann später alles zusammenkracht Ist ja nicht weg Kleiner Nasenbär ist ja nicht weg, nee Nee, du Er kommt immer raus Das ist ein Bau irgendwann Mein Kind ist nicht sozial gestört Sondern ein Nasenbär Und dann Kinder, die sind ja unhöflich Weil die keiner sind Jetzt kommt doch der Kran da oben angefahren Oder sich das Fall Oh, ich habe einen Motorrad geholt Ja, ja Oh, echt jetzt? Andere will ich auch noch haben Nur am Schaffen, ne? Nur am Schaffen, du Ich bin die Psychos, Alter Ich bin die Psychos, Alter Jetzt hämmer ich das hier noch klein, alles Wie die Soziopathen Ich war gerade ganz kurz orientierungslos Jetzt rücken wir mal noch ein Loch rein Ist vorne schon alles weggekracht? Nee Das kracht hier alles nicht Ich schneide hier seit einer Stunde, glaube ich Ein und dieselbe Seite Alles weg Etage für Etage Also irgendwann muss es Früchte tragen Aber ich kann dir nicht sagen, wann Doch passiert ja gar nichts mehr bei dir Guck mal, ich habe hier noch High Aloy geholt Und sowas Ich habe gesagt Franzi, hast du nur High Aloy für mich? High Aloy, du Heinz und Aloy Ja Alter Aloy mag es Es gibt noch ein Torch-Upgrade Ich investiere jetzt noch mal ein Bomb-Deal Es sieht schon ziemlich ausgeschlachtet aus Aber noch nicht schlachtig genug Nee, weil auch diese Ich glaube, es ist auch diese Stabilisatoren hier Diese Scheißdinge Ja, die Scheißdinge hier Sag ich doch Das wird richtig, richtig ekelhaft Immer noch Fundament Irgendwann musst du aber hier doch mal die ganze Seuche einknicken Naja, eben irgendwann Kann doch nicht sein, dass hier Kannst du ja nicht ewig halten Stabilisatoren sind zu stark Das ist so stabil, du Das ist ein bisschen zu stabil Oh, weil er der blöde Denton-Bieber wieder irgendwie Der Internat-Bieber oder was? Der Denton-Internat Auf dem Zahn-Internat hat der Bieber, du Hat er gewohnt Ja, und was ist, wenn man hier Er hat nämlich gesagt, ich identifiziere mich ans Backenzahn, du Mal hier den Rand weg Ja, wir müssen überall den Rand erstmal lösen Das ist glaube ich jetzt Das mache ich die ganze Zeit Naja, ich mache jetzt den hinteren Rand mal Vielleicht hilft er ja irgendwie mit Jeder Rand muss weg Einfach rundherum Ich bin seit drei Folgen eigentlich nur am Rand machen Ja, ich weiß es Ich habe hier eingeprügelt Ich habe hier auch Aber ist der nächste Rand Hier ist noch Rand Schmeiße ich mal die hier alle weg Unter Rand, Ober Rand Aber man merkt auch, wie das Spiel einen so richtig in so eine Art hypnotischen Wahnsinn treibt Ja, ja Weil irgendwann merkst du richtig, wie dein Gehirn einfach zerfällt Also es ist auch glaube ich gar nicht dazu gemacht, das irgendwie zwei Stunden am Stück zu spielen Das muss man so in milden Dosen Ja, so ein ganz mildi mal zwischendurch Ja, so ein mildi, so ein Röhnchen halt So ein kleines bisschen Schraube ich wieder an meinem Bruder rum Hänge ich schon Das ist so ein Projekt Ich bin Familienvater Und das mache ich abends ganz gerne Die Kinder schlafen Ja, genau Komme ich ein bisschen an meinem Boot rum Weil der Nachbar, der hat ein echtes Boot Aber ich kann mir das nicht leisten Deswegen hasse ich den Arsch Ja, hier ist ja auch noch Rand, du, das hinten, ne Blöde Sau, was bildet ihr sich ein, besser zu verdienen Oh, hier ist noch Hilfsgüter Ach, scheiß drauf Ich hole dich raus, auch wenn es direkt vor der Nase ist Boah Ruckel Und irgendwann wird der ganze Karren hier abschmieren Ja, wenn wir den Rand entfernt haben Oh, diese Mittelkonnektoren Kacken uns in die Suppe Ja, die sind scheiße, ey Vielleicht hat er das nicht so gemacht Hat unser Gameplay gesehen Shadow gepatcht Wow 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 Kann ich gut was wegehauen eben Ding, 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 ding Geh, also. Oh, eine Pan-Flöte gehört. Pan-Flöte. Ich hab ein bisschen reingeflözt in den Pan-Sack. Nee, nee. So, es hat jetzt geholt. Ich zieh die Konnektoren kaputt. Gott, hier ist auch so viel Schrotz. Das kannst du gar nicht einsammeln. Nee, Alter, weg alles. Das bleibt einfach hier liegen. Ich hab mal einen Schrotten noch gesehen. Hoppala. So. Ein bisschen hier noch reinlöten, oder was? Blödi. Oh, dann haben die damals, haben die den blind geprügelt. Ja, sicher. Und dann haben die einfach rein, den alten Lärk zu haben gesagt, doch keine Gnade mit der Marmelade. Und keine Gnade mit der Marmelade. Mutti ist alte Pflaummus. Oh, das kann man aber nicht vom Baum. Oh, ich hab doch gar keinen Zwetschgenbaum. Wow. Passt schon, ne? Ich sag doch mal nicht drüber nach, lass doch auch voll schmecken, Junge. Schlau, ey, Kind. Mein Lieber ist jetzt so, ich kann nur noch so reden. Soll ich dich noch mit reinbringen, Schatz? Nö, nö, Papa, bleib mal im Auto. Ist alles gut. Das war früher nicht so. Wir haben einen Shiftbreaker hier. Aber wir wussten auch, was wir uns einlassen. Wir wussten, dass es keinen Weg zurück mehr gibt vielleicht. Wusste ich das? Oh, Papa, wir haben ja verloren. Jetzt holen wir seinen Vater endgültig. Er braucht es vielleicht für alles das Beste, ne. Jetzt findet er endlich Frieden. Was ist denn da noch? Alles. Einfach alles. Da kam wieder gut was runter. Ey, es existiert gar kein Rand mehr. Es sind diese scheiß Konnektoren. Das sind, glaube ich, diese großen, blöden Querstreben-Arschdinge. Kann ich aber nicht sprengen. Was legst du nicht weg hier? Es schwebt eigentlich nur noch in der Luft. Kann ja nichts mehr da sein, so, ne. Ja, aber es hält sich wacker. Ich muss jetzt hier hinten nicht auch mal alles vor die Hunde gehen. Du kannst es nicht mal geil verglitschen im Moment irgendwie. Im Moment geht gar nichts. Wow, 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 wow. Da kam es viel. Die vordere Schnauze ist schon mal nicht schlecht aus. Ist schon mal schön abgewimst. Da kam es einiges runter. Vorne sind wir schon mal gut frei. Ja. Aber das ist auch das einzige Stück, wo jetzt nicht... Konnektoren-mäßig verbunden ist. ...so ein Arsch-Connector hängt. Aber es würde ja bedeuten, dass wenn wir uns jetzt hier noch reinarbeiten, warte mal, und hier nach oben hin alles noch wegprügeln, also vor dem Schnauze, dann müsste ja auf Dauer irgendwie was gehen. Da kommt nämlich auch schon der alte Schäppergeist vom Großvater, die Flaschen. Schäppergeist. Der Opa, der hat sich noch in den Schäppergeist, hat er sich gemacht. Oh, hier, das ist auch noch. Entschwebt das hier auch. Aber hier schwebt es noch nicht, das muss auch weg. Das ist da. Ja, ja, ja. Hallo. Ja, ich bin auch da. Hallo. Spiegel-Crashed? Ich wurde auf eine andere Karte geschickt. Ach, Quatsch. Ja, doch, der hat mich einfach rausgeschickt. Soll ich nochmal nachconnecten? Geht das? Weiß ich nicht. Alter, das sah richtig krass aus. Komm, hier ist doch alles weg. Du bist verschwunden, ich bin verschwunden, alle sind weg. Boah, war das heftig. Boah, da kracht es immer noch, du. Alter. Ich war bei mir wieder in der Hütte. Beim alten Medihingi oder was? Beim alten Medihingi, es hat er einfach nicht ausgehalten, du. Boah, wie das aussieht. Voll zerfressen, das Ding hier. Aber da hängt immer noch vorne was. Ganz weg ist es noch nicht, aber... Zerkloppt. Kommt es wieder rein. Ah, krass. Aber wie das auch aussah. Dass das Spiel eben nicht abgestürzt ist, ist ein Wunder. Ja, deswegen hat er mich wahrscheinlich rausgeschmissen. Jetzt macht er attempting to join. Mal gucken, was passiert. Irgendwas passiert. Das dauert es erstmal eine halbe Stunde. Ich höre den Hintergrund durch. Ja, ja. War gerade mittendrin. Jetzt muss er das mal synchronisieren und alles. Boah, dass wir das Ding zerlegt haben. Dass wir das noch schön zerbuttert haben. Das war schon eine Nummer, du. Das war eine Nummer. Leute haben an uns nicht geklappt, aber wir haben gesagt, jo. Wir glauben es ja selber nicht. Ich höre nur im Hintergrund. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. 55%. Mal sehen, was jetzt passiert. Hast du damit gerechnet, dass das so eskaliert? Nee. Bei mir ist ja... Also ich hab nur... Dann ging es halt los. Ich hab da auf diesen Träger eingeschlagen und auf einmal macht es Karbon. Ich hab drüben alles noch weggesprengt. Da waren noch so Konnektoren, weil die Wände waren da noch so ein bisschen verbunden. Dann auf einmal hat es richtig abgeschmeckelt. Dann bin ich aufgewacht. Dann war es vorbei. Dann war irgendwie auf einmal kein Schiff mehr da. Kein Medehingi. Alle waren irgendwie in so einer Dimension von... Ja, das war eine Dimension des Schreckens. Das dauert jetzt einen Moment. Das dauert jetzt einen Moment, ja. Aber hätten wir das fleißig geschafft. Erstmal irgendwie eine Tasse Tee und ein... Ich gucke jetzt erstmal einen schönen kalten Badnehi. Eine geräucherte Salamischeibe. Einen geräucherten Badnehi zum Mitnehmen. Das ist ganz schön schwierig. Stell dir mal vor, du hast so irgendwie so einen Chef und bist so Privatkoch und der will dann irgendwie so komische Sachen. Ja, ich möchte gerne morgens dann eine geräucherte Salamischeibe, eine nicht geräucherte Salamischeibe, eine Paprikasalamischeibe, eine ungarische geräucherte Salamischeibe. Ich hätte gerne eine ungarische Rauchbadnehi. Aber im Fettanteil bitte nur 37 Prozent. Was ist so ein Blankas? Oh, hab ich mich vor die Brücke geworfen. Da war ich tot. Alter, wie lange der lädt. Ja klar. Da ging jetzt auch richtig... richtig was ab. Richtig was ab. Wenn es sich jetzt einstützt oder sowas. Jetzt crasht es am Ende. Jetzt passiert gar nichts mehr, oder? 75 Prozent. Ja. Na doch, guck mal, Alter. Die Destructibles. Er lädt jetzt die Schrottteile, die auf dem Boden liegen, alle. Oh, das ist so viel. 80. Doch, da passiert irgendwas. Da passiert irgendwas. Da kannst du gleich das Werk sehen, des Schreckens. Er hat jetzt gerade, ähm... Also, er lädt... Er ist jetzt bei 10.500 von 12.800 Konnektoren. Und bei 1.700 von 4.050 Destructibles ungefähr. Plus, minus. Boah, dann wird das ja... Wie lange laden? 15 Minuten? Ja. Das lädt jetzt auf jeden Fall. Also, ich hab... Wie gesagt, ich bin im Pausenmodus. No, ey, bei mir ist das alles Oncut. Ich komme jetzt nicht neuesten. Meine Frau sagt immer, lass das drehen. Lass das alles drehen. Das interessiert die Leute. Das ist so hinter die Kulissen. Reden die da immer noch wie Deppen? Ja, klar. Alter, ich hab hier diese Fake-Wespen, die mein Fenster fressen. Weißt du? Diese hässlichen mit diesem Gebimsel unten dran. So, piss euch her. Wir doofen, Alter. Ihr seid doch doof seid ihr. So, guck, du bist bescheuert. Mach erstmal einen Abschluss, so. Mach erstmal einen Abschluss und dann kannst du hier mein Holz dressen. Das ist Sackgesäß. Ja, guck so blöd, ne? Komm, du draußen ne Hummel durch. Ich züchte mir ne Kampfhummel und die... Ne Kung-Fu-Hummel. Ach Gott, jetzt hab ich auch noch hier mein eigenes Gesicht eingeatmet. Jetzt hab ich Teile meines Gesichts verschluckt. Oh Mann, ich hab ein bisschen Gesichtsmasse verschluckt. Also ganz viel... Du, du, Franz Dieter, du siehst ja ganz viel verknautscht aus. Jo, hab jetzt so ein bisschen Gesicht hinalliert. Und wie ist das denn passiert? Oh, gemäß so, hab ich einmal fest eingeatmet, nach links geguckt, auf einmal wo irgendwie die ganze Gesichtshälfte war. Jo, an diesen einatmen und nach links gucken gleichzeitig. Das ist nicht gesund, hat mein Arzt gemeint. Jo, letzte Woche hab ich jetzt auch mit dem Arm verschluckt von mir gekriegt. Jo, mir ist ein Augenlid runtergefallen, das hab ich natürlich direkt verschluckt. Ich hab vorst'n Augenlid. Der fällt einfach so ab. Beim Let's Play. Einfach blub. Was war das für ein Geräusch? Jo, mir ist ein Augenlid weggesprengt. Ohne ein Lieder würden die Augäpfel einfach rausploppen, oder? Nee, was ist das? Keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die können ihre Augäpfel so rausdrücken, ne? So ein Stück. Ja, ja. Richtig ekelhaft. Richtig ekelige Leute, ey. Bah! Oh, guck mal, wir sind schon bei 85 jetzt. Das ist halt ein Podcast, ne? Ja, irgendwie schon. Hast du mitbekommen, 20.000 Elefanten sollen nach Deutschland kommen? Ja, nehm ich doch. Ich nehm einen. Ey, wär's nicht geil, wenn der Elefant so ein einheimisches Tier werden würde? Na, weiß ich nicht. Die sind schon gefährlich, ne? Wenn die aggro werden, Alter, die rammen dir auch so eine Hauswand mal eben ein. Ja, aber dann wird auch irgendwie witzig. Nach zwei Generationen ist der Elefant halt so einfach deutsch, wie der Wolf. und der Ostdeutsche halt, so weißt du? Ja, so, ja, klar. Das wär schon geil, so Elefanten. So ein typisch deutsches Symbol, der Elefant. Wir haben damals aus Zentralafrika 20 abgekauft, 20.000, und die haben wir dann halt nicht, die haben wir dann einfach mal so einen Wald entlassen, und die sind aber erstaunlich resistent gewesen. Das ist echt faszinierend. Die kommen ziemlich gut mit niedrigeren Temperaturen, klar, haben wir gelesen. So, der Elefant, der ist zäh. Es dauert locker noch mindestens fünf Minuten oder so, ne? Als die Adfants. Ja, das ist jetzt halt noch das Podcast-Finale. Ja, ob ich jetzt auf einen Stahlträger drauf eigentlich kloppe oder so rede? Ich verbrenne ja immer Chilis, damit die abhauen irgendwie, weil das dann stinkt. Weil sonst rennen die hier durchs Cannabis-Beet hinterher. Das mögen die gerne, Cannabis. Dann naschen die gerne dran. Und den guten Platschmohnen. Eigentlich nicht. THC ist ja eigentlich, damit die halt nicht gefressen wird, die Pflanze. Ja, aber der Elefant hat's verstanden. Ja, das ist... Die besaufen sich ja immer. Hä? Die besaufen sich ja immer. Den nennt man eigentlich so einen... nennt man das Elefantenfuß oder Huf oder Stampfer oder... Oh, Fuß, ne? Würde ich sagen. Weil die haben ja 10. Ja, es ist immer so, ne? Keine Ahnung. Weil beim Auto sagst du in Fahrtrichtung, beim Flugzeug sagst du in Flugrichtung. Was sagst du denn beim Schiff? In Schwimmrichtung oder... Weil das Schiff nimmt ja auch Fahrt aus. Also, ne? Ja, aber Schiffe fahren übers Meer. Sagt man ja. Also, bei Schiffen sagt man ja fahren. Das heißt ja auch Seefahrt. Der Schiff ist segelt ja. Und nicht Seeschwimmen. Ja, das heißt nochmal Segeln. Was? Ja, kommt drauf an, dass du halt fährst, schwimmst. Ja, Ruderrichtung gibt's ja auch. Ich meine Ruders. Muss ich halt immer der Begebenheit anpassen. Nach vorne dampfen, nach vorne rudern. Jo, gestern mit dem Fritzi sind wir nach vorne gedampft. Boah, wie langsam er die Teile lädt. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mitzählen. 2420, 2421, 2422, 23, oh, da hat er zwei schnelle gemacht. Oh. Es gibt doch gleich ein bisschen Gas. Glaubst du, wir schaffen noch die 90%? Ja, also, ich hab ja so eine genaue Anzeige mit mir zeigt der 87% an. Echt? Ich hab nur Fünfer-Schritte. Ja, aber weißt du, wir können jetzt auch nichts machen, wenn die Leute sagen, oh, das ist ja jetzt voll doof. Ja, wenn wir jetzt laden, ist das ganze Schiff wieder da. Wir können nicht während der Mission speichern, für die, die es nicht wissen. Für die, die jetzt hier zuschauen und es nicht verstehen, warum wir jetzt denken. Ja, aber die sagen, ich hab das mit Kumpel gespielt und ich konnte speichern, war voll easy. Ich konnte speichern und dann auch laden. Ja, speichern können wir auch, nur nicht laden. Ja. Doch, ich konnte. Wisst ihr, warum? Weil ich nicht dumm. Ja, ich bin dumm. Ich hab's nur einfach nicht probiert. Ich hab einen Masterabschluss in indischer Literatur. In indischen Romantik-Literatur. Und in der indischen Literatur der Romantik hab Baklava-Universität besucht. Ich hab aus indischen Chemie plus eine Kelle getrunken. Seitdem weiß ich alles. Ich kann heute vor 17 Uhr gar keine Videos freischalten. Tja, so ist das Leben, ne? Nee, das wird nichts mehr. Nee, vergiss das, Alter. Das lädt ja eternal. Ist ja gestört. Ja, gut. Wir haben's jetzt komplett zerkloppt. Ich mein, die paar Motoren, das hätte ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen gegeben. Aber sollen wir damit noch anfangen? Wir laden ja jetzt hier schon seit fast 10 Minuten oder so. Das bringt doch nichts. Nee, das bringt alles nichts. Das war's. Das war das große Finale. Mehr Schiffe gibt es nicht. Wir haben sie alle zerrödelt. Ja, der Coop-Modus ist ja auch nur eine Beta und der ist auch noch nicht komplett ausgearbeitet. Vieles war verbuggt und wir hatten oft Abstürze. Man muss auch sagen, so diese Missionen konnte man ab und zu gar nicht abgeben. Oder wenn, hat sich's auch gar nicht wirklich gerechnet, weil was willst du mit dem Missionsgeld machen, wenn du mit den Materialien eigentlich besser aufgehoben bist und so. Das ist halt noch nicht so wirklich durchdacht. Man merkt, das Ganze ist eher so ein, ich sag mal, Experiment. Ist ja auch eine experimentelle Version. Ja. Und vielleicht macht er irgendwann ein Shipgrave ja zwei. Ich gehe davon aus, dass das kommen wird. Äh, drei. Ich gehe 100% davon aus, dass er das machen wird, weil die waren ja jetzt beide sehr erfolgreich und die kamen ja relativ schnell. Die hat direkt nachgebuttert. Ich weiß gar nicht, ist das Unreal 4 Engine noch, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht macht er jetzt was auf der Fünfer und dann sieht das alles noch ein bisschen shiny aus und dann, weil alle machen ja jetzt Fünfer, ne? Alle machen ja jetzt Fünfer. Ja. Na gut, Leute, das war's. Wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt. Das ist hiermit offiziell beendet, aber vielleicht, keine Ahnung, werden wir nochmal Döner machen oder werden Polizisten, man weiß es halt nicht, ne? Vielleicht auch Döner-essende Polizisten. Wir haben viele Berufe, wir haben viele Berufe, die noch offen sind. Ja, und die Baustelle war auch nie. Die Baustelle, ne? Da gibt's ja auch wieder neues Zeug, Space Mountain bauen und so. Nee? Ja. Ja, sicher. Kannst du aber glauben, du. Du kannst dir glauben. Ja, danke fürs Zusehen. Vielleicht kommt hier irgendwann mal ein richtiger offizieller Multiplayer mit Content, dann sind wir natürlich wieder am Start. Aber so ist es erstmal durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.